Seit wann waren sich Bergtrolle so weit in den Süden? Das haben sie ewig nicht getan. Eine dunklere Macht herrschte damals über dieses Land. Bei Tageslicht dürfen sie nicht draußen sein. Das heißt, in der Nähe gibt es eine Höhle. Oh, was ist das für ein Gestank? Es ist ein Trollhort. Passt auf, was ihr anfasst. Okay, wir wollen irgendwie an das Ding da oben ran, scheinbar. Dann schauen wir mal, wie das am besten geht. Okay, ist das schon mal nicht? Hat er auch eine Waffe oder so? Ein Würstchen. Gefährlich. Ich weiß ja nicht mal, was ich machen soll, genau hier. Hier kann ich bauen, okay. Ja, wenn man nicht weiterkommt, einfach alles zerstören. Das ist immer so. Okay, er konnte ziemlich krass springen. Aber soll er vorkommen. Okay, Gandalf. Was muss er jetzt machen? Hier hin und jetzt? Er irgendwie scheinbar hier hin. Ah. Glammbring, dieses Schwert auch, ne? Äh, was ist hiermit? Kann dunkle Gebiete mit seinem Stab erhellen. Ja, Gott sei Dank. Wow, chillt. Ah, wieder was bauen. Sehr schön. Uh, Magie. Bruder! Magie! So. Zack. Einmal. Und zweimal. Und dreimal. Perfekt. Nochmal was bauen. Ach, ne Treppe. Ah, geil. Gott, ich komme ja nicht hoch. Doch, jetzt. Stich. Okay, und das letzte Schwert gehört Turin. Das weiß ich jetzt schon. Da weiß ich auch nicht mehr, wie es heißt. Okay, ich muss schon mal als Gandalf hier raus, weil die anderen Schiss haben. So, dann kommen wir mit. Ist das geil. Tja, haha, ist das geil. Wow. Wieso sind hier so krass viele von denen? Alter, holy shit. Hä, und jetzt? Als ob wir den füttern müssten. What the fuck? Ja, jawohl. Ja, jawohl, Alter. Hahaha. so funktioniert das leute so und nicht anders okay wir bauen und da muss der typ natürlich ganz hinten ist muss da jetzt dran er falsche höhle hier genau hoch und dran hängen so jetzt sind alle tod hier perfekt okay und jetzt muss ich turin sein der kommt schon hoch perfekt und der holt sich dann die heiße schwert schon mal ganz kurz nach leute nichts wie raus aus diesem widerwärtigen loch kommt wir sollten gehen da kommt etwas verwachtet euch diebe feuer was in aller welt tust du hier ich hab dich gesucht nicht war das ein wolf gibt es wölfe hier draußen nein das ist kein wolf okay sein schwert heißt orc rist orc spalter so wir kämpfen jetzt auch gerade dann ich muss doch der sein wie muss es hier mal sein kann nickel ausgraben so der nächste was wieso der jetzt genau okay ein kann nickel haben wir was mit dem hier das muss auch noch wiederbelebt werden und halt geheilt so was machst du jetzt hier ach deswegen ja kurz ein bisschen kupfer hier noch sammeln während man von der orc morte angegriffen wird das immer gut da oben ist noch eins das ist immer so unpassend einfach mitten im eifer des gefechts jawoll das reicht nicht das reicht aber hau ab junge kusch dich auch holz das heißt rescue mal das hier aufs maul junge und du kriegst euch auch noch eins ab oder auch nicht oh gott ich sterbe oh gott halleluja ich mag zauberer nicht hier in dem spiel das kämpfer keine ahnung ganz seltsam was brauche ich diesmal erstmal holz rein der wolf kann mir gar nichts so brauche ich jetzt irgendeine wolf abwehr oder ich kann es doch nicht so wirklich identifizieren was das sein soll bin ich mal ganz brutal ehrlich ach das ist immer so ein bisschen doof weil wenn ich in irgendeine ecke gehe und dann lasse ich direkt los dann schnapp das so ein bisschen zurück und ist dann genau auf der anderen seite das ist etwas unpraktisch manchmal oh scheiße jetzt bin ich tot ah jetzt hau ab komm ist okay so ich muss mal äh dwallion glaube ich werden damit ich das ding hier vorschießen kann ich weiß noch nicht warum das so toll sein soll aber ach da oben da geht es weiter okay da ist ein wolf über dem kaninchen Junge du löscht das kaninchenbild in Ruhe ja ich komme nicht hoch ah jetzt nein nicht das kaninchen du Uhntier so wo ist er jetzt hin da du musst ihn irgendwann erwischen ne jawoll hier das ist das hast du davon ne war das hast du davon jetzt so jetzt komm mal yeah und rescue das mal und dann brauchen wir noch eins so wo ist denn das Junge jetzt hau mal ab du scheiß wolf wo ist denn das letzte ach da oben immer noch ah ja da hab ich ja was gebaut ähm warte kurze info drück gegen grün rote schalter um dich halt zu bewegen okay ja passt ah he 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 Rettung in der Not Alter Per ey Junge das ist ja technisch auf ganz hohem Niveau gebaut so jetzt habe ich alle kaninchen wieder wunderbar das hier stammt nicht aus der Welt der Lebenden der Grünwald ist krank Gandalf eine Dunkelheit hat ihn befallen aber am schlimmsten sind die Netze Netze? was meinst du damit? Spinnen Gandalf Ticanos Dol Guldur die alte Festung ist doch verlassen nein Gandalf ist sie nicht eine dunkle Macht haust in ihr es ist der Schatten eines uralten Grauens einer der die Geister der Toten herbeirufen kann hat ihn gesehen? ein Nekromant wir müssen ihn verschwinden ich werde sie weglocken das sind wunderbar Taregel sie werden dich einbrüllen und das sind Froschgebäld Kaninchen die sollen es ruhig mal versuchen zu oh das ist cool gemacht ich nehme den Splitscreen nice oh lol was muss ich denn machen? lol ist das geil ich hab's ja mal auf der Wiege spielt Lego Hobbit aber da gab's halt nicht so viel Level irgendwie und das Level gab's garantiert auch nicht das ist ja mal mega geil irgendwie erteilt da dritte aus ohne Spaß Junge der Ork alter der tut mir schon fast leid ok mega sneaky ok ok was kann ich hier machen? hallo? da oben ist doch das doch so ein Gandalf-Dingens oder? ja ja ok ich brauche ein Maid noch hallo komm bitte jemand her hoch komm mit ihm ab so und dann geht's hier ans Eingemachte jürgen hier die ist absolut krank stark so dann Kili schieß mal kurz das Beide hier ab sehr schön die Drecks Orks können da auch nix die Drecks Orks können da auch nix und weiter geht's hallo 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 jürgen das ist aber nett von ihm dass er da so'n so'n äh na ihr wisst schon dieses Aim-Dingste hat das finde ich nett von ihm so 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 oh Gott so kann ich das schon anämmen? ne kann ich nicht äh was kann ich dann machen? oder du musst ihn öfter einfach anschießen er könnte fast sein ne er hat noch er hat noch ein Leben sehr schön na komm ey jetzt sehr schön her nicht hierher ihr Narren eilig steh alle runter los 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 Was hast du von Anfang an vor? Wunderbar. Der Drollhort. Sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein.